Hey Leute, Tonia Tutor. Also ich habe jetzt nachgefragt. Also wir gehen morgen auf den Berg. Es geht ganz früh los. Die haben gesagt, ich soll keine Videos machen vom Berg. Aber ich zeige euch dann vielleicht. Also weil da gibt es eine Stelle, da kann man es dann sehen. Und vielleicht zeige ich euch das dann. Also vielleicht. Und dann bedanke ich mich, also dafür, dass ihr so immer, ich freue mich. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald am Tonia Tutor. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald am Anfang. Untertitelung. BR 2018